Kaninchen kann man sowieso nur auf eine Art essen. Was macht es denn? Ach, dummer, fetter Hobbit. Es verdirbt sie. Was soll man da verderben? An denen ist sowieso kein Fleisch dran. Na, was würde ich geben für ein paar Tüften? Was sind Tüften, mein Schatz? Was sind Tüften? Kartoffeln. Man kocht sie, stampft sie, tut sie in die Suppe. Köstliche, brutzelnde, goldene, Bratkartoffeln und ein Stück gebackener Fisch. Nicht mal einer wie du könnte dazu Nein sagen. Oh doch, wir könnten. Verdirb den netten Fisch. Gib ihn uns ruhend, zappel ihn. Ich behalte garstige Bratkartoffeln. Ich gebe es auf.